Er ist auf der zweiten Plätze zehnmal bereits zweiter geworden in einem Grand Prix zu Stine Kialam in Südafrika und dort nur weil ihm das Benzin ausgegangen ist. Jetzt kommt Niki Lauda etwas näher an Depayet heran, hat in den letzten zwei Runden eine halbe Sekunde gewonnen, nur noch viereinhalb Sekunden alter Rückstand von Lauda statt vier Sekunden.